Er zündet einfach direkt den Baum an und raucht schon eine... Sucht tickt jetzt anders rein. Probier, probier aus. Gut, wenn das trocken ist, würde das funktionieren, aber ich würde jetzt nicht den ganzen Baum abfackeln. Was? Es geht! Er zündet kraftlich tatsächlich einfach. Unge, Knossi, mach das einfach so! Ey, guck mal, der kennt sich am wenigsten mit allem aus, macht zweimal und hat schon Feuer. Und Joris ist immer noch da und denkt sich so, hätte ich mal Kippen mitgenommen. Hätte er keine Zigaretten, hätte er keine Nikotinsucht, hätte er niemals gemacht. Er braucht jetzt was zum Rauchen. Diese Aufnahmen mit der Kamera von oben. Das ist also mein Feuerzeug hier. Er macht besser Feuer als jeder andere. Fritz, Otto, keiner schafft so schnell Feuer anzumachen.